Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spin Tire Smudge Runner. Mein Name hier Francesco und heute machen wir mal die Challenge Climb a Hill. Kein Fahrzeug, unser Fahrzeug nicht beschädigen oder irgendein anderes Fahrzeug, die Winch dürfen wir nicht benutzen. Und immer beim Fahren die Crockpit-Kamera. Das kann ja ein Spass werden. Oh weia. Follow the route. Use manual gearbox to crawl. Okay. 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 Da wollen wir mal gucken. Äh, da wollte ich gucken. Wir sind hier und wir fahren dann vermutlich irgendwie hier. Oh Gott, das ist ja ne sehr gute Frage. Wir kriechen da irgendwie hoch. Ich hab keine Ahnung wie. Wir werden es sehen. Äh. Von außen starten wir nochmal die Engine. Und, naja. Dann immer rein da und... Und sagen, ab geht's. Geh ich nochmal hoch und ob da vorne erscheint das auch irgendwie... Wenn man es die Wegen hier auch aufzunehmen, aber ich glaube der Weg wird trotzdem weiter. Ja. Follow the route. Uiui. Alles klar. Ich habe verstanden. Jetzt müssen wir links halten. Offenbar. Oder warum auch immer wir gerade fast gefallen sind. Man sieht aber doch echt gar... Ach du heilige Scheiße. Das ist ja kein Entscheidung nach meinem Geschmack. Lach ich ja. Hm. Hm. Okay. Es ist äh... Überraschenderweise... Spiegelertig dafür. Das ist ja auch eine krasse Route. Das ist ja auch eine krasse Route. Die Mitte ist die Mitte. Die Mitte ist die Mitte. Können wir schon müssen. Die Mitte. Das ist ja auch eine krasse Route. Das ist ja auch eine krasse Route. Es ist ja auch eine krasse Route. So, wir sind links. Ah, bisschen zu der links. Konzentration ist angesagt. Okay, ich sehe die links. Oh, ich sehe die links. Oh, jei, 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 jetzt müssen wir uns mehr rechts halten. Das ist aber auch ein Weg. Ich falle weh, der Wett noch mal runter. Ei, 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 ei. Wir können sogar noch minimal geradeaus. Wie lange geht die Route noch? Okay, wir sind nicht mal so weit. Aber wenn wir jetzt scheitern, das ist natürlich im Subterra. Aber so weit gekommen sind. Okay, nee, Moment. Und noch ein bisschen Raum nach vorne. Und jetzt nicht mehr. Ja, minimal haben wir noch nach vorne. Jetzt kommt es drauf an. Ja. Nee, kurz rückwärts. Ja. 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 Oh je, ich hoffe jetzt der Rechtsrang, oh je, das können wir nicht brauchen. Hier links hoch. Noch mehr links? Ja. Ja. Wo geht's jetzt lang? Jetzt geht es, oh je, jetzt geht es, ach du Scheiße. Ein schönes, äh, bisschenchen. Das geht's hier links runter und dann noch rechts rum. Und immer noch kein Damage. Oh je, das ist schon beachtig. Da muss man sich ja schon fast selbst loben. Da müssen wir aber bauen, es passt zur Seite. das war überraschender weise schwieriger als ich am anfang gedacht habe aber geschafft ist geschafft ich hoffe es euch gefallen ich bin's franchesko vom kanal seinspner machts gut und bis zur nächsten challenge